Es ist Zeit für unsere Kollekte. Aber bevor wir unsere Kollekte einnehmen, ist ein Bruder hier, der ein Zeugnis ablegen möchte. Ja, lass uns einmal Brian willkommen heißen. Halleluja. Ich möchte einmal ein Zeugnis ablegen. Mein Name ist Brian, ich bin ein Arzt von der Ukraine. Ich bin hier mit meiner Freundin. Vor einem Monat haben wir uns auf eine Reise begeben, wo wir nicht mehr wussten, wo wir hingehen. Ich bin mir sicher, dass ihr alle die Situation in der Ukraine kennt. Und das ist der Grund der Krieg, deshalb sind wir geflohen. Es war eine sehr schwierige Situation. Aber wir mussten all unsere Sachen hinter uns lassen. Das ist eine Situation, wo du rufst, wo du nicht mehr wissen, wo du rufst. Und du rennst irgendwohin und du weißt nicht mehr, wohin. Einige sagen, lauf in die Richtung, die anderen sagen, lauf in die Richtung. Aber wir waren sicher, dass wir einfach laufen. Es war komisch, zu sehen, wie Bomben hin und her neben uns fielen. Und du wusstest nicht mehr, wo du hin solltest vor lauter Angst. Aber Gott, der so gut ist, der Weg, den wir einschlugen, war ohne irgendwelche Hürden. Wir hörten einfach eine Stimme, die sagte, nimm diesen Weg. Und dann haben wir diesen Weg genommen. Das war am 26. Februar. Wir haben ungefähr 20 Uhr abends losgegangen. Und um 6 Uhr am nächsten Tag waren wir an der Grenze von Ungarn. Der Name von dieser Grenze heißt Chop. Also von dieser Grenze sind wir nach Ungarn eingetreten. Und von Ungarn haben wir unseren Weg nach Deutschland gemacht. Meine Freundin hat Ungarn vor mir verlassen. Ich war noch da geblieben, weil ich sicherstellen wollte, dass da noch Leute waren, die nach Ungarn auch mitkommen konnten. Und heute sind wir hier in Deutschland. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es die Hand Gottes ist. Weil das eine Reise ist, die wir genommen haben. Und nicht wissend, wo wir hingehen. Und nicht wissend, wo das Ziel auch ist. Wir haben alles hinter uns gelassen. Nur Handgepäck, zwei T-Shirts, zwei Jeanshosen und ein Paar Schuhe. Und alles, was ich euch Kirche oder Gemeinde mitteilen kann heute ist, Wir sind nicht die einzigen Leute, die aus der Ukraine geflohen sind. Da sind immer noch Leute, die dort gefangen sind. Und es ist traurig, dass wir immer noch Leute da haben. Das sind Leute, die wir wie Familie oder Freunde haben. Und nicht alle von denen konnten fliehen. Ich glaube, es ist der selbe Gott, der uns erschaffen hat und die auch. Als wir von Ukraine nach Deutschland geflohen sind, ist nicht durch unsere eigene Handhabung, aber ich glaube, es ist das Handwerk Gottes. Handwerk Gottes ist. Und ich möchte die Gemeinde heute ermutigen, dass was auch immer du hindurchgehst, vergiss niemals Gott. Er ist derjenige, der dich erschaffen hat. Er ist dein Erschöpfer. Und er weiß, wo du aufstehst und er weiß auch, wo du hingehst. Und auf dieses Wort wollen wir uns auch halten. Ich möchte auch mal John und Mabel Morty danken. Sie waren ein großes Segen für uns. Und ich bin mir sicher, dass es der Heilige Geist ist, der sie bewegt hat, uns zu helfen. Ich möchte auch unserem Bruder Nils danken. Er war auch ein Segen in unserem Leben. Und jeder Einzelne, der uns auf irgendeine Art oder Weise geholfen hat, ich möchte Danke sagen. Es ist nicht einfach, der Leute zu begegnen, die Gott benutzt, dir zu helfen. Die Sachen legen sich jetzt langsam. Und ich bin mir sicher, es ist immer noch das Handwerk Gottes. Für meine Liebenden und Familien in der Ukraine. Ich bete immer noch für sie. Einige von ihnen sind in Banken noch hängen geblieben. Ohne Essen und ohne Trinken. Amen. Ohne Essen und ohne Trinken. Und ich möchte die Kirche ermutigen, dass wir weiterhin für sie beten, so that they will still be alive until this war is over. Amen. Amen. Please, can you be on your feet and will I pray for what the situation? Please, what is your girlfriend? Please, can you come front? Wonderful, okay. You know, we are going to use you as a point of contact. Wir werden euch als, ja, als Brücke nehmen. To pray for people. In fact, you see, this is, this is, this is tough. Für Leute zu beten, das ist wirklich sehr tough. Actually, we collect some money to, to give, to help for this, um, this situation. Und wir sammeln auch ein, um Leute zu helfen. Und wir sammeln weiterhin noch ein. So, please, don't forget, you can transfer it or you can give to us. I prefer that you transfer. And then you just let us know. Please, can you put the church account on board einmal die Bankdaten der Kirche so that you can transfer dass ihr denn, ähm, das überweisen könnt. People have already given something. Viele haben schon was gegeben. And, uh, we really, we really want your support und wir brauchen eure Unterstützung für diese Sache. So, we are going to pray for them also, wir werden für die Beten that God will protect every one day dass Gott jeden Einzelnen dort beschützt. Because it's hard it's tough but God is bringing his people and God is protecting his people. Let us pray right now. Father, we thank you so much for your loved ones. I pray that my God and my Lord days are standing as a point of contact and we are praying for all the people in Ukraine at this moment. Father, we pray your protection over their lives in the name of Jesus. We pray that my God and my Lord your protection will be there for them. Let your love be great in their lives. Let them know that you are God. Heavenly Father, I thank you so much for your protection for your peace. This is the time, Father, I pray that you give them inner peace even though the situation looks bad and looks worse but Lord, give them that inner peace. And I cause people to support them. I cause people to be in a blessing unto them. I cause people to know that, Father, this situation they need their help. I thank you so much that you are faithful God. Father, ask our brother and our sister here with us. I pray that they will not lack anything. They will be protected. And Father, the joy of former days will be even lesser. The joy that you are going to give unto them from now will be greater than the former one. I thank you so much for your peace. I thank you so much for your provisions. Father, we provide unto them right now in the name of Jesus. Whatever they are looking for, I pray that, Father, your provision will be there for them. I thank you so much, Lord, that you are faithful God. We give you praise in Jesus' name. Amen. Thank you very much. Okay, thank you very much.